Warte! Warte, Alter! Deine Mutter sitzt bei Nidl unter der Kasse und macht immer BIM! Deine Mutter schubst kleine Hubs vom Sattel und riecht dran. Ey, Alter! Aldi hat angerufen. Deine Mutter hängt im Drehkreuz fest, Junge, Alter. Deine Mutter sitzt hinterm Kick und soll Bist du bescheuert, oder? Ey, das ist eine Scheiße. Ich dachte, wir wollten einen Shoutout machen für Graffiti-Box, Alter. Was ist los, Alter? Auf jeden, Alter. Richtig, der Junge hat recht. Am 7.8.2010 treten wir, die Berlin Nuts. Rollte leider nur noch zu drei, vier Wochen unterwegs. Timo ist noch da drin. Er hat noch einen Chef. Timo, scheiß gerade. Wir treten auf am 7.8. beim Graffiti-Box Summer Jam. Auch nicht nur alleine. Wäre natürlich auch schön. Nee. Komm mal mit, komm mal mit. Auftreten werden am 7.8. Der unglaubliche Oli Balboa. Dazu treten noch mal, endlich mal wieder. Man hat sie lange nicht mehr gesehen. Die Specialists treten wieder auf. Das ist mit Überbombe. Taktlos, Anti-Helden, Boogie, Liquid Walker, Hammer & Circle, Birdl Nuts. Nightstalker natürlich auch. Was? Der Nightstalker. Und wir natürlich. Kommt alle am 7.8. vorbei. Das wird eine richtig große Sause. Grüße an euch. Kommt vorbei. Peace, Birdl Nuts. Und wir trinken Bierchen. Und deine Mutter trinkt Wurstwasser. Ihr redet? Yo, Graffiti-Box. 7.8. 2010. Jetzt mit Birdl Nuts. Ein exklusiver Song. Sag was. Dieser Song heißt sexy, macht sexy, ist sexy. Ist überhaupt alles. Genauso wie die Graffiti-Box, die wird sexy. Und dieser Track ist exklusiv von unserem neuen Album. Den Beat hat er gemacht. Super Beat von DJ Maro. Hau rein, Alter. Und dieser Song macht richtig sexy. Normalerweise cuttet er jetzt, aber er sollte wieder einen toften Plattenspieler vergessen. So ein Idiot. Aber dieser Song macht richtig sexy. Auf jeden Fall. Der geht folgendermaßen. Pirates, worauf hieß du so? Ich steh auf Musik mit Verstand, Musik mit Herzen. Stecke so viel Liebe in die Beats und Verse. Bring es dir frei, haus wie ein Liefer-Service. Schmecken grinsenden Gesichter wie ein riesen Kürbis. Mann, ich hör und genieß es wirklich. Weil dieser Bieste auf Beat so dope ist. Wissens kleinste Detail mikroskopisch. Reißt er mich mit? Ich werd philosophisch. Das Mikrofon ist mein Liebster bland. Ich werd zum Ego und sag wir. Du ziehst daran. Nimm drück eine auf Pläne. Dieses Wieb-Gedanken hebe ich ab. So als hätte ich Kerosin im Tank. Brise, Funk, bisschen Rock'n'Roll. Turntables, drei Mics und die Nuts sind los mit. Cuts und Flows, Beats und Raps. Heute machen wir mit ganz Berlin Feature-Tracks. Egal, wo du wohnst, was du sonst so treibst. Egal, teure Mode oder lockerer Style. Egal, unten, oben oder doch die Nice. Mann, dieser Song macht sexy. Ohne Kohle oder doppelt reich. Hardcore oder soft und weich. Wer du bist, man rockt den Scheiß. Dieser Song macht sexy. Meine lieben Leute, das war's von uns. Das war's den Berlin-Nuts. Also kommt zur Graffiti Box Jam am 7.8. Wir sind raus, wir haben noch ein Geschäft zu erledigen. Wir gehen jetzt weiter pokern. Deine Mutter heißt Bertis und ist die stärkste im Knast. Peace. Was? Scheiße.